so da sind wir mal wieder mit assassin's creed brotherhood und machen jetzt gleich weiter wo wollen wir denn hier haben wir erstmal zum pferd da kommt der gallschotlaffer so und zwar gehen wir jetzt da hinter setzt so eine kleine strecke aber na da springen wir nicht runter auch hier irgendwo ein weg kamera ausrichten ist gar nicht mal so blöd scheiße da magst du nicht drunter geh da gehe ich halt ohne dich da und zwar wollen wir dahinter da ist ein ausrufezeichen da könnten wir uns den kaul aber wieder her holen steht es eigentlich um unsere medizin da müssen wir auch wieder nachtanken komm her spitze rauf mit dir und dann gehen wir gleich mal zum totore gehalt werden muss ich jetzt nicht aber was mache ich denn da bis so was kannte schon wieder brauche so gut haben wir das auch gleich aufgefüllt und gute besserung amiko ach danke das ist was zu freundlichst von dir spitze also und ein hacken schlagen und los geht's wir wollen dahinter zeit auf zeit da diese gegend den papst direkt untersteht ist es unschicklich so ob der weg so richtig ist aus der kisten voll lassen verlauter schrecke ich entschuldige mich auch für die kleine pause aber über das wochenende da habe ich manchmal probleme aufzuzeichnen und bullet storm hatte ich da schon ein bisschen mehr vorgesorgt als assassin's creed muss gestehen bullet storm gefällt mir halt im uah da mag der gall nicht runter aber ich mag jetzt hier nicht lang durch die gegend reiten und deswegen hatte ich da ein bisschen ja schon ist er hin deswegen hatte ich da ein bisschen mehr auf vorrat aber naja assassin's creed lasse ich deswegen trotzdem nicht einfach so stehen es ist halt leider nur etwas uah langwieriger ja hupf halt da rüber mein ganzes spezi gestell ich doch nicht sagen so dann gehen wir da rauf hupf hupf jetzt sind wir ja schon so gut wie da ich weiß zwar noch nicht was mich da erwartet aber wir gucken uns den spaß jetzt mal an so einmal bitte fallen lassen zack und runter mit dir er wird noch jemanden verletzen wenn er so ja so machen wir hier mal weiter Ezio ich werde wohl langsam wirklich alt ich wusste nicht dass du nach rom kommst hey was ist denn da los was war das ja das würde mich jetzt auch mal interessieren hipaa estus e mail netzwerk laden verborgen hallo das wird in deiner zeit mit dem rebecca sean und lucy hast du vielleicht von den höheren assassinen gehört die euer team unterstützen ich bin einer von ihnen rebecca hat die anweisung dir dieses nach zu geben wenn oder falls Ezio oder historie in erinnerung aus 1506 freigeschaltet werden wir hoffen basierend auf unseren historischen recherchen dass wir in diesem zeitabschnitt wichtige informationen für unsere missionen finden können mit hilfe von rebecca werden deine fortschritte überwachen naja also streng bedeutet dass wir weder reden noch diskutieren ich will so wenig leute wie möglich in die sache hinein ziehen ich werde dich und rebecca informieren sobald die daten die wir suchen gefunden wurden viel glück der smont enter ja und jetzt hm hm jo da vinci ist verschwinden aaaaah das sagt mir irgendwas ich glaube das habe ich im new play gekauft kann das sein willst du das Ezio ich werde wohl langsam wirklich alt ich wusste gar nicht dass du nach rom kommst aber leider kann ich nicht bleiben ich muss ein schiff shattern da kann ich dir helfen ich kenne einen kapitän der ist sehr diskret was ich habe irgendwo sein nach christopher woran arbeitest du ach das nur ein steckenpferd du bist doch vertraut mit pythagoras äh natürlich klar der brillante philosophos grecia der so viele geheimnisse der himmelssphären und des kosmos entdeckt hat diese symbole stammen von ihm seit ich diesen merkwürdigen apfel untersucht habe haben sie sich mir in den verstand gebrannt in den schriften von pythagoras schülern fand ich ähnliche symbole ich fürchte der name des kapitäns ist mir entfallen der apfel ist in sicherheit vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs malen du scheinst ja ganz ordentliche arbeit zu leisten ha sehr nett doch sogar ich sehe dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist dieses breite lächeln übertrieben bedeutungslos vergiss die malerei ich habe bei meinen forschungen einen durchbruch erzielt eine große entdeckung gemacht salai bringst du mir ach er ist nicht hier ich hätte dich gerne zum hafen begleitet aber einer muss hier sein und auf die werkstatt aufpassen mhm ein kinderspiel ich glaube du unterschätzt salai wir werden sehen wie du willst du findest ihn vermutlich im la volpa adormentata so die würfel sind gefallen leonardos assistenten salai in der diebesgilde finden und zu leonardos werkstatt bringen g mhm mhm d occupe Jetzt bin ich schon wieder da hin. Schauen wir mal, ob ein bisschen Manett das für mich hat. Okay. Schneider brauchen wir jetzt nicht. Und hopp, 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 hopp. Nein! Wie immer haben wir es übertrieben. Interagieren. Ach, mein Gott, heute juckt es mir auch überall. So, halt. Da ist er doch. Alter, Zocker. Besser, doch nicht gut genug. Ja, auf ein neues. Leonardo, euer Meister, wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht doch, ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Hm, gerade wollten es noch abzocken. Mein Gott. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Zentite! Ich spiele nicht mehr! Wir auch nicht! Naja, klar. Ja, grüße. Fünfer Nummer 1. Ja. 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 Ach, verdammt. Ich tue doch keine Wettbewerbs. Nja. 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 Ja. Ich hätte besser auf ihn aufpassen sollen. Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jetzt mal auf Zeiten. Jetzt bring heute endlich mal einen um. Ja. Der visiert auch immer die Falschen an. Und dieser blöde Baum, hey. Mann, 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 Mann. Komm, lad halt mal. Ah, jetzt habe ich den Zylisten umgebracht. Mach den wieder! Wo sind die Booten? Ich mache vielleicht Explosionslager, aber meine Leistungen, die sind unerwartet. Der wird mir immer wieder umgebracht. Mann, weil mir die Deppen auch immer weghüpfen. Zum Kotzen ist das. Ach, Gott, doch, Gott. Mal eine andere Waffe ausprobieren. Was haben wir denn noch? Ja, was mache ich denn da? Ihr müsstet wohl noch nie kämpfen, wie? Ja, nein, nein.